Meins in Reichweite, 200 Meter. Sie sind überall... Was ist denn so? Ich weiß nicht, wie was auf geht hier. Was ist denn so? Das wird Piss. Ich bekomme Kohle, Alter. Was ist denn das für Piss? Was ist denn so? Was ist denn so? Was ist denn so? Was ist denn so? Einheit verloren. Die Sterne ist aber auch hier. Das schafft er nicht. Einheit verloren. Ja, ich sehe jetzt der Arsch. Was soll ich denn da machen, Alter? Ich habe gar nicht mal so Pissdinge gemessen. Das machen wir. Einheit verloren. Was ist denn das für eine Pisse? Ich meine nicht. Zum Schauen. Ich habe das. Super. Oh ja. Ich war nichts. Ne, ich hab auch zu Pissen, ich hab noch nix. Ich hab keine Kohlenkaube. Chines Raketensoldat! Erlege Raketenwerfer! Dagnare! Erlege Raketenwerfer! Hör den Feind auf! Attacke! Was soll ich denn jetzt machen? Hör den Feind! Dagnare! Attacke! Erlege Raketenwerfer! Feindpatz! Hör den Feind auf! Feuert aus allen Rohren! Trefft ihr da! Auf den Feind! Atacke! Atacke! Dagnare! Die sind erleden! Fertren! Obtejan! Attacke! Die sind erleden! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Ich habe immer noch drei Stinger-Stellungen auf dem Radar, Genosse General. Mehrere MiGs sind eben von unserem Luftwaffenstützpunkt in Chengdu gestartet. Zerstören Sie alle Stinger-Stellungen! Einheit verloren! Genosse General! Die MiGs sind unterwegs! Rücken Sie vor und zerstören Sie die beiden letzten Stinger-Stellungen! Und beeilen Sie sich! Hör und schlaß mir die Leute ab hier! Dich mal raus jetzt hier! zu впada. ..barket her! Hier bin ich hin! Waaaah! Suchen wir die Panzer. Die sind erledigt. Jetzt laufen sie richtig Dödel ins. Der Rückeroberung. Nicht zu stören. Einheit verloren. Ja, es ist fliegbar. Danke. Ja, wir sind doch meine ganzen Soldaten. Einheit verloren. Das war ja cool. Fatsch. 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 Glückwunsch, General. Sie wurden hierher zu ihrer Position, Genosse General. Zerstören Sie die letzte Stingerstellung vor der Fabrik. Fatsch. Fatsch. Ein paar Leute hier. Fatsch. Fatsch. Ich bin die Artillerin. Suchen wir die Panzer. Auf den Freifahren! Auf den Freifahren! Auf der Jörgernhof! Suchen wir die Panzer! Attacken! Die sind der Leber! Auf den Freifahren! Feuer das Einbruch! Trefft ihn nach! Auf den Freifahren! Spür den Feind auf! Ja! Was macht das denn? Sie müssen direkt... Einheit verloren! Einheit verloren! Attacken! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Auf den Freifahren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einmal! Einheit verloren. Die Kuhherr, da kann man die Träne verbauen. Achtung! Nicht mehr Jürgen! Einheit verloren! 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 Was soll jetzt tun? Boah, fliegt Achso, sehr geil Fehler Schnell Klar Jetzt langweilig In Ordner Ich höre Ach, ich habe ein bisschen Fehler, ich mag sie, die ich so nicht machen würde Ich will Alles klar? Nein, du Fotze Ich weiß nicht mehr, wo die Schampe ist Ich weiß nicht mehr, wo die Fotze ist Ich weiß nicht mehr, wo die Fotze ist Ich habe alles verstorben, ich denke mal, wenn ich mir nur sagen will ich halt nicht verlassen. Was ist der kaputte Fahrzeug? Bis sie dahin geschissen sind. Bis sie nach. Bis der Storpe ist geil. Also hast du abkommend. Gehen das Rad gegen Soldat. Spüren den Feind auf. Suchen wir die Panzer. Spüren den Feind auf. Geht ihr sprecht nicht mal an, so sie ziehen. Obt ihr ja sprecht nicht in die Panzer. Geht ihr 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 sprecht nicht in die Panzer. Wir sind bei der Panzer. Wir werden das bei der Panzer. Ich bin die Artillerie. Ob der Jagdmann aufhören. Spür den Feind aufhören. Erlege Raketenwerfer. Jagd ihn heran. Suchen wir die Panzer. Jagd ihn heran. Suchen wir die Panzer. Spür den Feind aufhören. Erlege Raketenwerfer. Ich weiß immer wo die Muschel hier ist. Ich würde alles falsch gemacht haben. Ich furze. Da ist er. Da ist er. Ja. 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 Das ist langweilig. Schnell. In Ordnung. Klar. Kuh? Ja, ich kann doch weiter bauen. Ich komme durch. Ach nun, Kuh. Ich komme durch. Gehen wir. Klar. Schnell. Ich hab's. Alles klar? Klar. Klar. Alles klar? Klar. Ja. In Ordnung. Ja. Ich spreche nicht mit dem Anzug. Klar. Gehen wir. Ich hab's. Ich höre. In Ordnung. Alles klar. Ein Panzer in der Nähe. Suchen wir den Panzer. Ja, geht rein. Auf den Feind. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Mal sehen. Vielleicht schau ich das in Gluckhalle. Schnell. Einheit verloren. Wir sind froh. Mitglieder, der Weg ist frei. Zielkoordinaten um 6. 1. 3. 1. 9. Keine feindlichen Einheiten im Zielgebiet. Angriffsformation, Jungs. Alles klar. Ziel erfasst. Ziel identifiziert. Untergleich vor der Abwehrkommando. Feuer. Falltreffer. Ziel zerstört. Kehren zum Stützpunkt zurück. Das Porto erlassen wir euch. Genosse General, die GBA hat Balik-Chi besetzt und die Einwohner der Stadt vertrieben. Unsere amerikanischen Freunde haben uns ihre Unterstützung im Kampf gegen die GBA zugesichert. Zerstören Sie die Stadt und zerquetschen Sie die Terroristen wie Insekten. Warum? US-Bomber, wir haben sie auf dem Radar. China-Command, out. Roche, hier ist der schwere Bomber Bravo 1-9. Zielsysteme sind aktiviert. Ziel ist auf dem Radar. China-Command, warten auf Angriffsbefehl. US-Bomber, Angriffsbefehl erteilt. Over and out. Roche, China-Command, Bravo 9-10 greift an. Haltet euch die Hose, Triumph. Zeug werden laut. Die USA stellen uns ihre auf dem Flughafen stationierten Bomber zur Verfügung. Bombardieren sie die Verstecke der Terroristen, bevor sie mit Bodentruppen vorrücken. General, die Stadt ist eine Hochburg der GBA. Wir müssen die Terroristen vertreiben. Zerstören Sie ihre Stützpunkte. Es wird... Zeit, unseren Fehler zu kommen.